Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dosen. Das ist ein Beissfusshuhn und die tragen so aufblasbare Säcke an ihrer Brust. In der Balzzeit wabbelt das Geräusch voll damit, um ihre weiblichen Artgenossen beeindrucken. Hier siehst du, was genau jetzt in deinem Hirn passiert. Das ist eine Zeitraff-Veraufnahme von Neuronen, die neue Verbindungen mit anderen Neuronen eingehen. Zum Beispiel, wenn du etwas denkst oder etwas Neues lernst. Schildkott, das aussieht, als würde sie alle Geheimnisse des Universums kennen. Dämonische Hunde! Es gibt ein Instagram-Profil, das sich am Verschneiden von verglitzertem Glibber mit einem heissen Messer widmet. Und tschüss!